Nein, Hilfe! Im Keller geht was vor sich. Also los. Nein! Warte du! Ist das widerlich. Tut mir leid. Warum lacht der? Hä, was ist das für ein Idiot? Ist alles okay? Wie gesagt, ich bin Gefahr gewöhnt. Komm, nur einmal. Ich sag's auch niemandem. Ehrenwort. Er sollte nur so tun, als ob ich ein süßes Mädchen hätte. Süß. Eigentlich ja... Eigentlich will er ja nichts Böses, ne? Aber... Er hat was Böses getan. Ich glaube, er will einfach nur nicht allein sein und ist in die falsche Gesellschaft geraten. Komm, komm, sei doch nicht so schüchtern. Ich weiß. Aber sie wissen, Don Condeo, ich möchte, dass sie mir etwas erklären, bevor wir anfangen. Ach, das... Oh, du meinst das... Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht verheiratet. Fühlst du dich jetzt besser? Ein kleines Sexbewegung war wunderschön. Nein, das wollte ich nicht wissen. Augenblick. Nein, noch nicht. Oh, komm, komm. Oh, ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Cloud. Oh. 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 Was zum Geier ist los? Wer ist da? Du verstehst immer noch nicht, was, Don Condeo? Versteh was? Halt den Mund. Jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede. Und du es nicht sagst uns. Hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht. Ich werde reden. Erzähl euch alles. Also, erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Mann ist. im Gefährarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein. Wenn ich euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Red schon. Wenn du uns nichts sagst. Reiß ich dir was ab. Es war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du es nicht sagst, zerschlag ich sie. Du meinst es nicht ernst, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann. Ich mache auch keine Spielchen. Schau, weißt du. Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen. Und ich will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra, sie wirken. Und Shinra, sie sind wirklich niedergeschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Indem sie den Pfeiler der Platte über ihn sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passiert? Die Platte wird peng machen. Alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit zum Sektor 7? Klar, Tifa. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, wartet. Ist doch nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Drecksgelb wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Fast richtig, aber kein Preis. Was machen die Vorbereitungen? Sieht gut aus. Ich habe die Töks damit beauftragt. Präsident, sollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reef? Willst du aussteigen? Nein, aber als Leiter der Städteplanung hätte ich mit Bauverwaltungen in Midgard zu tun, deshalb Reef, deine persönlichen Probleme solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Bürgermeister? Du meinst den Typen, der den ganzen Tag im Gebäude hockt und sich vollstopft, hä? Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Du bist müde. Warum nimmst du nicht ein paar Tage Urlaub? Willst du zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche dahinter steckt? Dann leiten wir die Shinra-Ink eine Rettungsaktion ein. Hahaha, das ist perfekt. Okay, also, scheinbar sind die Bösewichter untereinander sich auch nicht so ganz einig, wie man vorgehen sollte. Geht's wieder? Ja. Geht's wieder? Mann, das ist furchtbar. Naja, das Schlimmste ist vorbei. Oder auch nicht. Ah, die Mucke ist einfach so geil, Alter. Ich bin mal gespannt, wie schwer mir dieser Gegner fällt. Ja, ich werde extra, äh, Ares ein wenig aufsparen, dass sie die Heilungszauber jederzeit bereit hat. Ähm, damit uns hier niemand verreckt. So, Limit quer hier. Limit. Ah, leider nur Hit, Hit und nicht. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. So, dann gibt's hier auch nochmal Heilung drauf. Und nochmal ein Blitz ins Gesicht. Und nochmal ein Angriff. Abwasserkanal Tsunami. Ja, geht alles. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah, komm, du kannst auch mal mit angreifen. Mal an Angriffen zu gucken, was das an Schaden bringt. Okay, Zauber bringt eindeutig mehr. Heilung. Auf Cloud, Zauber, Blitz. Da gibt's noch mal wieder ein Angriff. Und eine Heilung obendrauf, wunderbar. So, nächste Heilung. Heilung auf, tiefer, Limit, Querhieb. Oh, schade. Ich hätte den so gerne nochmal eingesetzt. So schwer war der Gegner jetzt zum Glück gar nicht. Wir hatten ja eine gute Heilerin dabei. Oh, schön, ordentlich viele Erfahrungspunkte. Sehr gut. Phönix wieder. Ja, gut, gibt bessere. Es ist zu spät. Marlene, Barrett, die Leute in den Slums. Gib die Hoffnung nie auf. Es ist bestimmt nicht einfach, den Pfeiler zu zerstören, oder? Ja, du hast recht. Noch haben wir Zeit. Also gilt es jetzt, den Pfeiler zu retten. Wie auch immer wir das machen wollen. Da liegt eine Materie. das finde ich sehr cool. Raub. Okay. Oh, ich bin so blind. Da ist der Treppenaufgang. Okay, ich muss nochmal zurücklaufen. Bestimmt werden wir hier auch Gegnern begegnen. Heißt ein Gegner, so, weil man ihm begegnet? Gute Frage. Und natürlich begegnen wir hier den Gegnern. Ach ja. Du kannst nichts Limit in Lootattacke. Toll, Lootattacke. Das ist alles Single-Target. Na gut. Was soll man machen, ne? Hauen wir die mal raus, die Attacken. Laden sie ja schnell genug wieder auf. Viecher sehen ja irgendwie cool aus. Das sind die Ninja-Turtles. So macht alles Sinn. Das sind die Ninja-Turtles. Wir sind in der Kanalisation. Das sind mutierte Schildkröten mit komischen Samurai-Waffen. Also, ganz klar, Ninja-Turtles. Und einen Trank haben wir bekommen. Sehr nett. Noch einen Trank. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Und drüber. Kann ich eigentlich mal gucken, hat irgendwer noch Platz frei für eine Materie? Schutz. Okay. Raub. Kannst du noch eine nehmen? Ja, cool. Also kann sie jetzt Leute ausrauben. Oh, ich bin zu blöd. Meine Güte. Oh, schon wieder. Ja. Äh, ausrauben will ich die jetzt nicht. Äh, das sind so kleine Gegner. Da möchte ich einfach nur schnell kämpfen. Und dafür sorgen, dass wir weiterkommen. Ich muss gleich unbedingt heilen. ganz, ganz wichtig. Mal gucken, ob es bei ihr auch so wenig Schaden hat. Die machen echt kaum Schaden, ne? Naja, jetzt erstmal Heilung auf alle. So, Limit heilen der Wind auf alle. Kann ja nicht schaden. Ja, sehr cool. Ach ja. Ach ja. Die Kämpfe dauern natürlich ein bisschen. Ist ja nicht mehr wie auf Level 1 hier. Oh, das ist ohne Probleme schaffbar. So. Und dann springen wir mal hier rein. Reinspringen. Und natürlich auch hier wieder ein Kampf. Weil mir nichts Besseres zu tun haben. Aber zu viel können die ja alle nichts. Das ist dann ja halb so wenig. Gut gemacht. Kampf gewonnen gegen die kleinen drei Krabbelviecher. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik-